So, Hallöchen, zurück zu ARK. Wir sind hier in meiner bescheidenen kleinen Hütte, die mir irgendwie ein wenig zu kleines... Oh, es ist dunkel. Dass ich da wo doof... Schnell reisen. Na, so, wenn wir es woanders noch ein Bett hätten, könnten wir dann schnell hinreisen. Ähm, nö. Oh, was ist denn da? Schön, so was. Ähm, kapsen wir mal rüber, würde ich mal so behaupten. Gucken wir doch mal, was da drüben so ist. Aber ich habe Angst, ich meine mich zu erinnern, dass ich einmal hier in dem Wasser vor etwas allzu langer Zeit von einem Fisch getötet wurde. Ist irgendwas ängstlich? So. Hm. Okay. Gucken wir mal, was wir da so haben. Ähm. Wahrscheinlich nichts. Oder? Hier ist wohl nichts mehr. Hä, aber normalerweise... Hm. Naja, gibt's wohl... Oh, das ist mein Lieblingsdino. Ein Parasaurus. So was würde ich mir gerne mal zähmen. Ähm. Jo, also, wir wollen ja... Oder ich... Ich will ja eigentlich meine Hüttchen ein wenig vergrößern. Und uns ist kalt. Hm. Und da ist wohl irgendwas, was mich fressen will. Tatsächlich. Ich glaube, wir haben gerade extrem Schwein gehabt. Ähm. Ähm. Juhu, ich hab's gekillt, aber es ist so dunkel, ich sehe nicht, wo ich bin. Ähm. Ähm. Doch da. Okay. Ähm. Wir haben noch ein bisschen was zu essen. Oder haben wir noch was? Ich weiß gar nicht. Ähm. Gucken, was im... Feuer so liegt. Ah, Fleisch. Sehr gut. Hallo. Ja, guten Morgen. Ähm. Wir gucken noch mal kurz hier rein. Ich brauche alles noch mal. Also, wir brauchen... Oh, wir brauchen ganz viel Strohholz und so, gell? Strohholz, Fasern. Scheißegal, was wir brauchen. Wir brauchen Strohholz und Fasern. Und davon nicht so knapp. Hm. Strohholz und Fasern. Alter, bleib doch mal ruhig. Junge, Junge. Gut, was haben wir denn da? Feuersteine brauchen wir. Haben wir noch genug da? Haben wir noch ein paar. Gut, wir haben hier noch... Wir haben hier noch ein bisschen was von der Axt übrig. Aber es ist echt schon... ...ganz schön, äh... ...duster hier. Äh, Fackeln. Habe ich hier nicht verfreiget? Schaltet mal irgendwann eine Fackel zum Bauen. Nein. Ach, Feuerstein. Moment. Ähm. So. Ähm. Ein Exoskelett. Mhm. Mhm. Und, was machen wir damit? Was ist denn ein Exoskelett? Ähm. Oh, nein. Das wollte ich gar nicht tun. Okay. Das habe ich doch getan. Na gut. Scheiß drauf. Ähm. Ähm. Hm. Hm. Es ist sehr, sehr dunkel hier. Das nervt mich doch ein wenig. Naja. Hm. 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 Da haben wir noch ein Bäumchen. Das haben wir doch gleich mal Blatt. Komm. Ja, jetzt wird es langsam wieder hell. Das ist doch schön. Und wir haben wieder ein volles Inventar. Was haben wir hier? Ich spiele so ein komisches Vieh. Naja, gut, lass mal das Vieh mal Vieh sein, weil es bringt uns wahrscheinlich wirklich nicht viel für unsere Nahrungs... Ja, für unsere Nahrungs-Dings halt. So, Inventar. Öffnen wir das mal. Was haben wir hier? Das Nippel. Plätze, die wir noch frei haben. Ähm, ein paar anderes Holz brauchen wir nicht. Das kommt eigentlich alles weg. So. Ähm, das kann auch weg. Brauchen wir auch nicht. Den blöden Hut, das kann man nicht wegmachen, natürlich. Stein weg, Faser weg, noch mehr Holz weg. Ey, wir haben ja nicht so viel Zeug. Normalerweise könnten wir doch, ähm, schon einiges bauen, oder? Wir haben haufenweise Holz, wir haben haufenweise Fasern. Ähm, wir haben auch Stroh. Obwohl, Stroh könnten wir wahrscheinlich, äh... Naja, Stroh, okay. Was können wir machen? Eins, zwei, drei. Ach, zwei nur. Schade. Ach, Strohdach. Also hier haben wir Strohdach. Ich wollte doch jetzt Fundament. Hm, 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 hm. Okay, dann brauchen wir halt doch noch ein bisschen Stroh. Hm. Na gut, kann man trotzdem alles, ah, trotzdem ist man alles hier rüber und das so ein bisschen Platz haben. Ähm, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ähm, na, alles weg. So. Jetzt sind wir wieder ein bisschen leer. Ach, guck mal, jetzt ist diese Kiste da. Ähm. Hier bräuchte ich noch wieder mal ein paar Dodos, weil wir schon wieder ein bisschen Hunger kriegen. Ähm, nicht so schön. Das mit der Nahrung ist hier schon ein bisschen... Schwierig. Ja, klasse. Oh, hallo. Na toll. Es gibt... Die hier, keine Ahnung, das wäre so ein... das ist ein Raptor, oder? Ja. Sieht ganz danach aus. Ja, okay. Warum muss ich lieber mal weg? Oh, da ist ein Rauchen. Oh, da ist ein Rauchen. Oder halt sowas in der Art. Wahrscheinlich... Irgendwas, was mich angreifen will. Nein, bitte nicht. Geh weg. Wow. Wow. Oh, da ist ein Ra... 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 Raptor. Ein Ra... Ra... Raptor. Fuck. Sowas doofes. Da ist dieser coole Dino wieder. Und dieses kleine Geschöpf. Warte mal. Wie, wie, wie... Das ist schon ein... Sowas will ich haben. Sowas will ich mit Sam... Ähm... Ähm... Achso, ich soll... Ich hab's auch schon gegessen, oder? Nein. Na, klasse. Können wir uns was basteln? Nein, können wir nicht. Ähm... Herstellbares. Wo ist denn die Axt? Hier. Was brauchen wir denn Feuerstein und Stroh? Okay. Komm. Wir brauchen Stroh. Und Feuerstein. So. Hm... Habe ich das ganze Zeug jetzt doch hier drin oder was? Doch tatsächlich Fasern. Also wir brauchen... Was brauchen wir? Stroh. Wir brauchen ganz schön viel Stroh. Na nun? Was hab ich jetzt gemacht? Ah, okay. So. Gehen wir halt mal auf die Suche nach ein wenig Stroh. Hm. 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 Jetzt sind wir noch überladen. Och, Mann. Was ist denn Käse? Also, ich habe echt wirklich ganz schön schwer Bammel, dass wir irgendwie, ja, es fängt schon wieder an. Wir haben echte Probleme mit unserer Nahrungsversorgung. Das kann uns, glaube ich, bald ganz schön das Leben kosten. So, Kiste erstmal öffnen. Komm, mach auf. Jetzt haben wir hier noch eine Kiste, nee, haben wir nicht. Ich glaube, wir laufen einfach erstmal los und so und sind mal irgendwie ein paar Dodos oder ähnliches. Damit wir hier noch was zu essen haben, weil wir sind echt momentan ganz schön am Raptor. Hallo, Schönheit. Also, auf die Viecher habe ich überhaupt keinen Bock jetzt. Heißt, wenn wir wenigstens die Chance hätten, könnten wir wenigstens ein Dino abmurksen. Aber ich glaube, das schaffen wir einfach nicht. Oder wir müssen uns mal sowas hier probieren. Legt die Nahrung in den Gegenstand zu zähm? Was? Wieso denn? Naja, gut. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen den töten, damit wir ein rohes Fleisch kriegen. Na, klasse. Oh, da ist ein Dodo. Tut mir leid. Also, wenn ich könnte, würde ich mich in dem Spiel ja vegan ernähren, aber das ist leider nicht möglich. Also, ich glaube, ich würde mich nicht sagen. Hm. Hm. Das war's wohl schon wieder mit den Dodos. Schade. Na gut, wir haben ein bisschen Fleisch. Das können wir uns auf den Grill schmeißen. Das dürfte eigentlich das erste Mal wieder ein klein wenig erreichen für die nächsten 1-2 Tage. Das ist wieder so ein Tier. Hm. Jetzt ist alles nix. Klasse. Wir verhauen diese armen Tierchens, um einfach nichts zu kriegen. Hier, sowas brauchen wir. Sowas müssen wir kalt machen. Zahnhammer Fleisch. Ähm. Das wäre dieser doofe Raptor. Aber der Killt Wawel irgendwie killt der gerade was? Hm. Ja, ich glaube, wir haben's gesehen. Nee, oder nicht? Oder doch? Auf der Fall hat der irgendwas gekillt da hinten? Hm. Ich glaube, da bleiben wir einfach mal weg. Nee, er kämpft immer noch. Aber ich glaube, jetzt hat er uns entdeckt. Hm. Nee, doch nicht. Hm. Wir bräuchten hier so einen großen Dino. Hm, hm, hm. Oder hier so ein Fliegevieh. So ein Fliegedino wäre auch ganz toll. Äh. So. Hm. Ja, Raptor. Boah, er kommt. Wieso kommt er jetzt? Tatsächlich, der kommt. Hallo? Joah. Hm. Jetzt hat uns dieses Drecksschwein doch tatsächlich angegriffen. Durch die Tür. Wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der jetzt? so ein Scheißvieh. Ist er weg? Ja, er ist weg. So ein Scheißvieh. Es ist nicht weg. Nein, 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 nein. Hm. Die Lufosaurus, sie hat uns gekillt, dieses Dreckschwein. . Hmm. Hmm. Das ist dieses Mist wie ja schon wieder. Na klar, so haben alles verloren, was wir haben, äußerst uncool, wo ist dieses Dreckschwein, ich hau ihm aufs Maul, äh, verpiste ich, du Missgeburt, äh, das ärgert mich jetzt, äh, hauptsache wir haben unser, wir haben gar nichts mehr, auch Menno, was soll man hier, ein paar und Stein, das da, ein paar und Stein, ein paar und das, ein paar und das, was haben wir noch, Stein, Feuerstein und Stroh, Stein, Feuerstein und Stroh, was wir nicht mehr haben, was wir aber eben gerade ganz schön viel hatten, sowas doos, naja gut, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, da gehen wir wieder auf die Suche nach neuem Kram. Dummes Schwein. So. Das Dreckschwein haben wir erledigt. Was ist denn jetzt los? Hm, ne gut, komm, wir müssen erst mal was bauen. Gucken wir, wie wir dieses blöde Vieh jetzt bauen können. Nein, jetzt fehlt immer noch Stroh. Stroh und Stein. Wir haben doch sauviele Steine gehabt, ey. Hm. Hm. Das Dumme ist, es verdiebt auch alles gleich. Das wäre mal in der kurzen Zeit wahrscheinlich in den Kriegen. Ähm, wir können, was heißt, oh ja, ein Punkt. Wow. Ach so, nehmen wir das mal hier. Da haben wir Gesundheit und Nahrung hoch, oder? Oder Gewicht. Aha, Gewicht. Hm. So, es braucht schon mal Sex, eine tolle Wurst. Sex, was wäre auch nicht schlecht. Eine Distanzwaffe, das ist eigentlich auch ganz gut. Kiste bräuchten wir aber auch schon wieder. Hm. Na, holt auch mal die Schleude. Das haben wir noch drei Stück. Drei Stück. Was haben wir da? Wasserschlaue sind das? Notizen ist auch Müll. Schildesmüll. So. Fangen wir mit der Hose an. Ähm. Okay, äh, wir brauchen. Wir brauchen Stroh. Irgendwie brauchen wir Stroh. Naja, gut. Ey, wir spielen auch schon wieder eine halbe Stunde durch. Ich glaube, ich mache mal Feierabend für heute. Und sehen uns dann in der nächsten Folge von Ark wieder. Mal gucken, was wir uns dann für Schabonack ausdenken. Dann versuchen wir uns irgendwie mal ein bisschen zu vergrößern mit dieser kleinen... Äh, liegt da nicht mein Männchen? Da liegt mein Männchen. Da liegt mein... Da liegt mein Männchen. Alles neben... Cool. Warte mal, können wir nicht das Bett jetzt irgendwie abreißen? Nanu? Hm? Naja, er gibt uns wenigstens noch ein bisschen Fleisch. Das ist ja schon mal ganz gut. Ähm. Kiste öffnen. Ähm. Ähm. Schild rein. Pären rein. Lagerfeuer behalten wir mal hier. Das bauen wir gleich wieder auf. Ähm. Holz rein. Holz rein. Holz. Bisschen Holz brauchen wir noch. Faser brauchen wir noch Stroh. Wir haben jetzt auch da genug. Also können wir ja eigentlich jetzt wieder ein bisschen was bauen, oder? Wo ist denn der Sockel? Bäh. Genau, drei Fasern fehlen noch. Ähm. Wir bauen uns einmal drei Waffen. Drei... Drei Äxte. So. Wo sind sie? Hier. Achso, ich habe doch gerade eine Kiste. Kann ich die nicht bauen jetzt? Habe ich das nicht gemacht? Nee, habe ich nicht. Oh, schade. So. Ähm. 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 Achso. Nee, das habe ich ja noch gar nicht, oder? Da habe ich. Da. Juhu. Aber wir haben kein Fleisch mehr dabei, oder? Doch, haben wir. Gut, okay, also öffnen wir das jetzt mal über den Tag und schmeißen ein bisschen Fleisch rein. Und einfach ein bisschen Holz und grillen einfach erst mal ein bisschen. Ähm. Ja, den Schlafsack. Den habe ich jetzt wahrscheinlich gekillt. Ähm. Hoppla, das war ich doch gar nicht. Ähm. Hm. Mal Fasern, vielleicht doch hier noch genug drinne. Deshalb brauchen wir uns jetzt erstmal schnell einen neuen Schlafsack. Juhu. Juhu. Den legen wir uns erstmal schön hier rein wieder. So. No. Will wohl nicht so. Gut. So, Leute. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Folge wieder bei ARK. Und dann, äh, ja, hoffen wir mal, dass wir das machen können, was wir heute irgendwie machen wollten, aber nicht machen konnten. Um, ja, ne? Also, dann bis später. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.